Erkältung, akute Rhinopharyngitis, grippaler Infekt, Verkühlung. Die Erkältung ist eine Infektion der oberen Atemwege mit Viren, die besonders leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Meist ist zunächst die Schleimhaut der Nase betroffen und es kommt zu Schnupfen. Zudem kann sich die Infektion auf den Hals- und Rachraum ausdehnen und auch die Atemwege der Lunge, Husten bzw. Bronchitis, befallen. Zu den auslösenden Krankheitserregern gehören Rhinoviren, Adenoviren, Respiratorische Syncytialviren, RSV, und Parinfluenzaviren. Insgesamt existieren über 100 verschiedene Virentypen, die eine Erkältung auslösen können. Häufig kommt es zu einer sekundären Infektion, also einer zusätzlichen Infektion mit Bakterien. Die Erkrankung tritt meist in den Herbst- und Wintermonaten auf, ist normalerweise harmlos und dauert etwa eine Woche. Erwachsene haben durchschnittlich zwei- bis dreimal am Jahr mit einer Verkühlung zu kämpfen. Kinder sind im Mittel fünf- bis achtmal betroffen. Personen mit einem geschwächten Immunsystem sind häufiger und schwerer betroffen als andere. Von den auftretenden Beschwerden hält zumeist der Husten am längsten an. Plusplus mehr zum Thema, Erkältung bei Kindern plusplus wie entsteht eine Erkältung? Ursachen Der ursächliche Auslöser einer Erkältung sind Viren, darüber sind sich Mediziner einig. Bis zu einem gewissen Grad dürfte auch Kälte eine Rolle bei der Entstehung der Erkrankung spielen, welche genau, ist allerdings umstritten. Einerseits gehen Wissenschaftler davon aus, dass eine Abkühlung der äußersten Enden des Körpers, der sogenannten Akren, Finger, Zehen, Nase, Ohren, in der kühleren Jahreszeit die Entwicklung einer Virusinfektion begünstigt. Forscher von der Yale University zeigten etwa anhand von Atemwegszellen von Mäusen, dass die Abwehrmechanismen dieser Zellen bei niedrigen Temperaturen weniger aktiv sind. Viren können sich so besser vermehren. Andererseits dürfte auch der vermehrte Aufenthalt mit anderen Menschen in geschlossenen, schlecht gelüfteten und oft überheizten Räumen Infektionen in der kalten Jahreszeit fördern. Aufgrund der räumlichen Nähe können sich Viren leichter verbreiten. Die trockene Luft entzieht den Schleimhäuten die Feuchtigkeit und macht sie rissig, wodurch die Krankheitserreger leichter eindringen können. Übertragungswege Die Krankheitserreger werden meist via Tröpfcheninfektionen, etwa durch Niesen oder Husten, beziehungsweise über Gegenstände, zum Beispiel Telefon, Tastatur, Haltegriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln, übertragen. Die Eintrittspfoten sind Nasen- und Trachenschleimhaut, von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen etwa ein bis drei Tage. Da Erkältungsviren mehrere Stunden auf der Hautoberfläche überleben, ist es wichtig, sich nach dem Putzen der Nase die Hände gründlich zu waschen. Bei einer Begrüßung per Händedruck gelangen die Viren sonst auf ihr nächstes Opfer, das sich dann beim Reiben der Augen- oder Naseputzen infiziert. Welche Symptome können auftreten? Die Nase rinnt. Zunächst kommt wässrig klares Sekret, dass in weiterer Folge dickflüssig und, nach einer bakteriellen Infektion, Grüngelb wird. Aufgrund der angeschwollenen Nasenschleimhäute ist das Atmen durch die Nase erschwert. Da die Schleimhäute in den Verbindungsgängen zwischen Nase und Ohren anschwellen können, entstehen manchmal ein Druckgefühl bzw. Schmerzen in den Ohren. Trockene, raue Hals- und Hustenreiz zeigen einen Wefall der unteren Atemwege an. Wird die Stimme rau, ist der Kehlkopf von der Infektion mit betroffen. Zu Beginn der Erkrankung fühlt man sich oft müde und abgeschlagen, leichtes Fieber kann einsetzen und Husten hinzukommen. Bei einer schwereren Verkühlung können Kopfschmerzen und Gliederschmerzen auftreten. Wie stellt der Arzt die Diagnose? Die Diagnose wird anhand der beschriebenen Symptome gestellt. Sind nur typische Erkältungssymptome gegeben und klingt die Erkrankung nach einer Woche ab, ist ein Arztbesuch nicht unbedingt erforderlich. Plus plus mehr zum Thema, Behandlung von Erkältungen plus plus wie ist die Prognose bei einer Erkältung? Eine Verkühlung ist meist harmlos und dauert etwa ein bis zwei Wochen. Wenn sich die Symptome einer Erkältung stark verschlechtern oder sie länger als eine Woche anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Manchmal treten Komplikationen wie eine Nebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündung oder Lungenentzündung auf. Die Ursache dafür kann eine bakterielle Infektion sein, die sich auf die bereits bestehende Virusinfektion aufsetzt sekundär oder Superinfektion. In diesen Fällen sollten Sie ebenfalls unbedingt einen Arzt aufsuchen.